Willkommen zurück zum W.O.W. Rollentausch mit Mia und Heinz Beppo und Karl Heinz Sie fühlen sich also angesprochen bei irgendwas mit Heinz Das war falsch Wieso machst du Mu? Achso, ich bin ja keine Kuh mehr Ne, irgendwie nicht so Wie macht denn ein 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 Troll? Ne, was bin ich? Ein Blut-Elti Doch, ein Blut-Elti Du bist ein Blut-Zwölf Blut-Zwölf? Was macht denn Blut-Zwölf? Blut-Zwölf? Alt F4 So, ähm Wir sind hier, weil wir immer noch schwinken wollen Und immer noch irgendwelche Viecher umhauen wollen Ich glaube, das kann ich Weißt du das Ganze? Nein, ich bin Heiler Ihr müsst ja einen Dreck machen, ne? Ich heile ja nur Es ist immer noch sehr ungewohnt Zu heilen Ich mache das nicht so oft Ich habe den mal im Fass an Er ist tot Hey, cool, Lut Hau dir mal tot, danke Ich wollte ihn eigentlich pullen Nicht töten Aber also Ja, wir sind ja overpowered Wissen wir ja Da ist noch einer Da ist noch einer Töte sie alle Wir brauchen Neil Keiner Das Krasse ist so hoch Wo war denn meine Rolle? Da ist Neil Ne, das war Spott Spott, tot Totgespott Blümchen Blümchen Spock ist tot Das ist die Rolle Blümchen Musst du echt überlegen Was ist das, was da auf der Karte aufleuchtet? Ach, das ist ja ein Blümchen Noch ein Blümchen Blümchen Was? Ja Ich bin Erze Ach, scheiße auf Erze Ich habe Blümchen Ich will krallen Willst du ja auch nur wieder eine krallen Genau Ja Dann mache ich auch Ich kriege die nicht Geil, Nearturzel Hammer Bist du Bergsteiger? Ich fall dir wirklich Nein, Heiler Achso Sanitäter Sanitäter Werde getötet Ich bin der Täter auf Tatort Der Sanitäter Okay Eins noch Eins noch Eine noch Ein Erz Ein Erz Das ist keine Übung Ein Erz Das seinen Namen trägt Verdammt Wo ist mein Stoff? Ich muss schneidern Da, da ist noch einer Den hole ich mir Das macht er wahr Ja, ja, ja Ich wollte gerade abspotten Wiederum Quest complete Was? Mir fehlt noch einer Ich gehe mal abgeben Ich brauche hier nichts Nee Ich brauche Brandschatzer Klingenmähen Und Jäger Klingenmähen Halt Ich kann dich noch Kirschen an Ja, dann mach doch Jetzt bin ich auch fertig Schneider der Kirschen Hm, gute Idee Naja Ja Auch Leder brauchst du mal zum Schneidern Ja, für Taschen? Ja, zum Bleistift Für Schuhe herstellen? Na, Quark Stoffschuhe reichen Ja, die haben auch eine Die haben auch eine Nein Ne Ledersohle Schau, bei mir Barfuß reicht Ja, stimmt Das ist bei euch aber auch So ein kulturelles Anliegen Ja, bei meinem Charakter Also bei mir Eigentlich nicht Achso Also ich kenne Trolle nur Ohne Schuhe Richtig Da ist ne Quest Eine laufende Quest Was? Eine laufende Quest? Ja Ich komme Aber das ist auch ein Blümchen Blümchen bräuchte ich Erst Blümchen, dann Quest Erst Leder, dann Quest Nicht in Ruhe lassen Was muss man denn da machen? Brandschatzer, der Klingenmähen tütt Na, okay Ja, ja, das ist ja die Quest Von der ich rede Der Heinz Peppos Einmal zuhören Oh und auf Ne, das habe ich eingesammelt Bei mir ist es noch da Feind voraus Ich würde sagen, du bräuchtes mal ein Update Funktionieren deine? Was, meine Updates? Ja Immer Oh Befreit ihr mal Muss man ja befreien Ja Tatsächlich Hab ich getan Und der Letzte Fertig Können gleich umdrehen Wer hat mal wieder nichts gemacht? Ich hab einen befreit Ja, du warst ja auch nicht gemeint Immer zur Not der Heiler Ja, genau Der Heiler, der wenigstens mitten im Getümmel steht Ich beschäftige mich in Ruhe lassen Also Ich nehme Kekse Achso Mensch, hab ich aber mit Weho nicht aufgefasst Achso Ich hab Schuhe bekommen Die man eh nicht sieht Aber du trägst sie angeblich Und ein Kochgeschäft, was ich nicht entlernen kann Hey, ich hab auch Leinenstoff Ich leih dir meinen Stoff Leinen los Leiharbeiter Ja Du meinst Leinenarbeiter Ach ja, stimmt Ja, du Banane Zu viel Info Schön, dass ich hier rumlaufe und einfach nur loote So muss das sein Und ich One-Hitte alles Ich bin Heiler Genau One-Healer Ja Siehst du, hier ist Zephra hier Tot Ein Tot One-Hit Das, das arme Zephra Das ist zu früh Hallo Ragnaros Bist du auch hier? Ich habe kein Ziel Ah, was brauchen wir? Quest Komplett So Abgeben 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 Ich folge dir Ein Herz Ein Herz Ach, scheiß auf ein Herz Was ist mit dem Herz? Wo ist es denn? Angeblich stehe ich drauf Was soll denn diese ganze Terz? War doch eh nur ein Scherz April April Alter, der unterbricht mich hier Wie, ich kann sie auch schon vorhin So Ich musste dreimal draufhauen Was ist denn da los? So Ich werde noch die andere Quest abgeben Und ein Level Up Jöhöhöhöh Jöhöhöhöh Ja, mir hat Mir hat gerade eine Addon gesagt Och, ich werde Level Up haben Wenn ich abgebe Fünf Millimeter noch Na, ein bisschen mehr Mit so einem Quest gemacht Ja, es sind ein paar mehr als fünf Millimeter Ich stehe drauf Kann ich mal auf den Kampf rauskommen? Auf fünf Millimeter Ich verstehe Ja, ich kann jetzt jemanden retzen Wir können in nächste Instanz Yay Und wir haben hier eine neue Quest Yay Ich darf auch retzen Yay Was wäre denn eigentlich die nächste auf unserer Liste hier? HDB? Wahrscheinlich, ne? Ja Gut möglich Erstmal hier auf den Den komischen Ehemals Schaman warten Obwohl, wir müssen in seine Richtung, ne? Yep Okay Nö, ich kam aus der anderen Richtung Aber macht ja nichts Level Up Geht's jetzt? Yay Ist ja voller Profi hier Ich kann auch wieder beleben Hey Ich kann auch wieder beleben Oh Gott Wer mich beliebt hier sehen Das waren noch Zeiten, als Klassen unterschiedlich voneinander Abhängig dann irgendwann retzen konnten Jetzt können sie es alle zum selben Level Yep Noch sechs Level Damit sie dann zum Dungeon Browser alle retzen können Ja, das ist doch optimal Aber wir werden den Dungeon Browser eh niemals sehen Zumindest erstmal nicht Gehen ja nur zu dreid Genau Wir sind ja immer So, Megalink ist auch da Ich bin irgendwo hinter euch, laut Karte Gut Dann bist du auf jeden Fall durch den Weg Es hat auch jeden Fall für mich gezählt, was ihr da macht Das ist super Das ist ein bisschen wie Weile Ich bin zwar nicht, aber Mensch, du brauchst aber lange hier, um so ein Ding zu töten Guck mal, ich hab hier schon den nächsten getötet Ja, das machst du prima Ja, ich bin Heiler Du Tidela Ich hol mir mal ne Kiste Mal schauen, ob die für dich jetzt auch da ist Bestimmt ist der Quest-Gedöns Nö, ist weg Warte, komm gleich wieder Warte, komm gleich wieder Okay, gut, ist weg Einmal mit Profis Ja, wir sind die Diebe Guck mal, da ist ein Gegner Gewesen Oh Da ist die Kiste Hast du den Kopf geschmissen? Ja, so ein Hammer Gegenstand wurde schon benutzt Du warst mal wieder schneller Oh, welch Seltenheit Ja Guck mal, wie er da einfach nur zur Kiste rennt Weil ich's kann Weil das muss Das ist ein Erz für euch Ne, für ihn Ich hab kein Interesse an Erzen Wir brauchen schon Erze Hallo Aber ich hol mir jetzt erst hier eine Kiste Ich will auch eine haben Das ist noch ein Erz Wow Meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste, meine Kiste Ich hab tatsächlich eine Kiste Ich hab schon zwei Ich hab schon drei Cheater Ich hab den Boss Ich hab den Boss Das ist keine Übung Ich hab Klinik Meine Kiste Ja gut, nehm ich halt die hier Ich seh das schon Für mich bleibt hier keine Kiste übrig Ne, ne, du darfst wieder länger hier rumgucken Wie immer Wie immer Immer sind wir schuld Weil du zu langsam bist Ja Das Kupfer ist immer noch Ja, oh Gott Ich hab grad zwei abgebaut Achso Da ist aber irgendwo noch eins Ich hab's nur noch nicht gesehen, wo es sein soll Hier ist eins Hast bestimmt schon abgebaut Ja, eins hier, eins da Hier ist eins Ja, da Da ihm ja auch vorhin hier nochmal ein Blümchen angezeigt wurde Ist das gar nicht mal so Wahrscheinlich, dass es einfach nur angezeigt wird Einfach für jeden einfach hier jetzt Erz angezeigt werden und sowas Ja, damit sich niemand mehr um Erz und Blümchen streitet Mir wär's ganz recht, wenn mir mal ein paar Kisten angezeigt würden Das ist meine Kiste Aber wenn ich eine sehe, da steht schon Die hast du schon mal gelootet, geh mal weg da Alter Laden Meine Gute Ich bin fertig Yay, super Ich warte jetzt einfach hier, bis die Kiste respawnt So Mach das doch Das ist meine Kiste Mein Schatz Die eine, die ich eingesammelt hab, ob die vielleicht wieder da ist, aber nö Was ist das? Dein Schatz? Mein Schatz Ich hab'n Apfel Möchtest du ein Apfel? Mein Schatz Ich bring den Apfel vorbei Hast Hunger, was? Ah Nö 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 Wer grunzt denn da schon wieder? Ja, hier oben war Ja, cool, Erfahrungspunkte fürs Nix tun Ja, ey Eine Kiste, ich sehe eine Kiste Ich sehe auch eine, aber ich komme nicht ran Ja, musst du von oben runterspringen Vom Boss runter hier bei mir Puh, nö, da hab ich ja gar keinen Bock drauf Bis dahin ist die Kiste hier respawnt Hier oben sind zwei Kisten sogar Wart, ich komme wieder hoch Ich war doch gerade da oben, verdammt Muss runterfallen hier bei mir in ein Loch Bei dir in ein Loch fallen? Jep Äh, hä Ich stell mich da mal hin, dann kannst du mich auch sehen Weinst du? Glaubt er Du siehst die Kekse, dann siehst du auch mich Ich stehe im Moment nur Punkte auf der Karte Hey, ich bin ein Punkt auf der Karte Ja, das ist eine Kiste, ich hab eine Kiste Hey, geil Ich brauche noch eine Hier oben sind zwei im Angebot Ja, ich laufe heute noch einmal ganz da rum Ich habe vier von fünf Komm hier runter, hast du fünf von fünf Nein, du hast gerade gesagt oben, jetzt bin ich nach oben gegangen Ja, du sollst runterkirrt, siehst du mich Ach, da Und jetzt Solo me und gucken Da ist eine Kiste Nein, da sind zwei Ich brauche nur eine Dann lass die andere für mich Da ist eine Kiste Ja, die Kiste, er ist fertig Ich bin fertig Gibt's ja nicht Er ist die Nummer zwei Wow Und der Keks ist das letzte Ja, das stimmt Das ist aber nichts Neues Nein, das ist nichts Neues Das wird auch immer so bleiben Richtig Ich habe da gerade EP bekommen, wofür? Weil ich mega awesome bin Achso Dafür gibt's EP Da kannst du nur was von lernen von mir Oh Gott Du kannst mich Mammut nennen, das ist gar kein Problem Das heißt doch eigentlich Lernst vom Besten Ja Und? Ist das dann nicht der Fall? Nö Achso Nö Ja doch, ich bin der Beste in dem, was Scheiß angeht Das hast du gesagt Ja, aber ist doch wahr Du bist das nicht doof Kommt Leute, wir wollen heute schnell reiten lernen Ach, jetzt Das wär was, ja Also Auf zur Zwanz mich Och, er nun wieder, weißt du Oh, ist doch nicht der Fall Mal ein bisschen geduldig und so, ja Nicht so greedy Das geht doch nicht Ja, ungeduldig ist er Ich will mein Mammut Was? Reiten Nein, bitte nicht Du willst Mammut reiten? Das will keiner freiwillig Blume, 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 Blume Ich habe schon alle am Berg stehen lassen Weil ihr einfach weitergefahren seid Ah Und ich wollte nicht der Amiga-Link sein Also Niemand will der Amiga-Link sein Ähm Hast du ihm sein Patent ausgeliehen? Nein Von wegen, dass du das Board benutzen darfst? Nein 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 Amiga-Link, ich bin dein Rechtsanwalt, ich vertrete dich Macht halt Das kann ja nichts werden Patentversetzung? Ich frage mich auch, deswegen sage ich einfach nein Seid gegrüßt Ja Ey Karawane begleiten Keine Ahnung Irgendwo, wo muss ich denn drauf treten? Ich weiß nicht Achso, muss ich mit der sprechen? Ah Muss mit ihr sprechen Auf was muss man schießen? Auf was muss man schießen? Auf das, was von hinten alles kommt Ja, auf dich, also auf Keks Ach hinten? Ich schieße auf Keks Also früher war es hinten, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist Ja tatsächlich, es ist hinten Aber es funktioniert nicht Warum funktioniert das nicht? Bei mir funktioniert das Ah Ja Ja, war mal wieder die berühmte Tab-Funktion, über die ich mich auch regelmäßig aufrege Ich brauche ein Ziel Ich habe den Keks getroffen Wenn du Tab drückst und nicht das vor dir im Visier hast, sondern das am Ende der Karte Dann klappt natürlich nichts Das haben sie aber jetzt geändert Nein, haben sie nicht Also ich krieg das, was hinten ist Ja eben, das was hinten ist, ist ja auch falsch Ich habe sogar ein Dinges erschaffen, Zebra Glaub ich auch Geil Ich bin ein Tierquäler Ja, ich auch Ich habe auch gerade einen Zebra erschossen Ich bin allein schon ein Tierquäler, weil ich mich selbst am Leben erhalte Aha Aha Ja, stimmt Fossil, du Da kommen wieder welche Tote Bei mir kommt nichts mehr Ist alles tot Oh, da steht die Leder Ach, ich bin da Ach so Wo? Wo bist du da? Am Tier Er ist gar nicht da Da ist ne Quest Ja, zum abgeben und wieder annehmen Da ist ne Quest Und Erz, Erz ist auch da Lass uns mounten Moped Mop, mop, mop Wo ist die andere Quest? Hier steht ja noch eine Da Da Augen auf Ach, da hinten Ja So Hier annehmen Da musst du einen einfangen Was? Oh, was? Annehmen? Was, hä? Da musst du gleich einen einfangen Du fängst ja gleich eine Nein, ich fang mir keine Ich bin ja der Einfänger Ach so Ich hole gleich mein Lasso raus Nein, bitte nicht Und jetzt spielen wir Cowboy und India Da ist doch noch ein Ausrufungszeichen Wo ist das denn? Was? In? Hier in der Hütte oder so Mhm Tatsächlich Was kann ich für euch tun? Einfach mal mit dem Moped in das Gebäude reinfahren Ja, mach ich im Real Life auch immer so Ja, immer Rathäuser und so, ne? Ja Oh, jetzt hast du es getötet Ich hab nichts gemacht Da stand der Trottel schlagen Trottel schlagen Äh, normal Normalerweise musst du den mit da hinten hinschleifen Schleifen Achso, wir schleifen ja schon Okay Ich schleife nicht, warum nicht? Oh, Stinkefuß nicht Oh Oh Du hast halt kein Trottel geschlagen Komm mal her Ne, jetzt gerade nicht Und jetzt diesen Trottel schlagen Hab ich gerade auch gemacht, aber Den schieben muss, ja Aber Jetzt geht's Follow me einfach Na dann Kann man ihn aufmountain? Nein Ne, abgeschlossen Doch, geht Okay Ich schleppe den jetzt hinterm Moped her Level up Level 15 Talentpunkt verteilen Oh mein Gott Was kann ich denn jetzt unsinnige skillen Zuversicht verleihen Aha Filter 45 Zuversicht und Halt ist Bei Ablauf um 560 Aha Alles Lichts Oh Gott Schleute einen Lichtgedrängten Hammern Und Wunder Ja Kreuzfahrerstoß Verringert die Abklingzeit Von Heiliger Schock Und Licht Der Morgenämmerung Die Morgenämmerung? Das ist aber schon Ruhe entweg Du brauchst nicht mehr skill Ach, Ruhe da hinten Äh, meine Quest Du musst ja auch mitnehmen, ne? Wir nehmen wir das Was könnte ich da? Das ist ne Heilung? Ne, ich brauch keine Heilung Jaaa Oder vielleicht doch Du bist Heiler, ne? Ich bin Heiler Äh Du brauchst keinen Du brauchst nichts mit Heilungsgeld Ich kann das schon Ja, ich bin schon groß Es ist so lange her Ich habe einen Heiler gespielt habe Aber ich kriege da schon irgendwie hin Einfach mal ein bisschen vertrauen Oh mein Gott, ne Oh mein Gott, ne Ne? Ähm Ich habe hier drei Talentmöglichkeiten Logischerweise, ne? Nein! Alle drei haben was mit Heilung Warum? Naja, damit du überlebst Achso So Und während er jetzt noch darüber grübelt Was er denn jetzt Tolles macht Und skillt Machen wir erstmal eine Aufnahmenpause Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin, viel Spaß noch noch Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis denne Tschüssi Tschö